Aus den Botschaften der Freude Liebe Freundin, lieber Freund, Was immer es ist, dem du deine Aufmerksamkeit schenkst, wird wachsen und stärker werden. Achte daher darauf, dich oft und am besten immer mit Dingen zu beschäftigen, die sich gut und wunderbar anfühlen, denn so wird das Gute in deinem Leben wachsen und das Wunderbare wird herrlich gedeihen, du kannst es selbst erkennen.